In diesem Video werden wir uns mit den Anzeichen befassen, die darauf hinweisen Karnäen, dass eine Wurzelbehandlung notwendig ist. Eine Wurzelbehandlung, auch endodontische Therapie genannt, wird hufig durch Gefahr 1 Viertel HRT, wenn das Innere des Zahnes, das Gewebe, Pulpa, Enzer 1 Viertel endet oder infiziert ist. Eine Wurzelbehandlung kann den betroffenen Zahn retten und Schmerzen lindern. Es ist wichtig, die Anzeichen infra-1 Viertler zeitig zu erkennen, um schnell handelnd zu Karnäen. 1. Starke, anhaltende Zahnschmerzen, ein hufiges Anzeichen FA1 Viertler, eine notwendige Wurzelbehandlung sind starke und anhaltende Zahnschmerzen. Diese Schmerzen Karnäen sowohl bei Druck auf den betroffenen Zahn als auch in Ruhe auftreten. Wenn die Zahnschmerzen A1 Viertel BER einen lanären Zeitraum bestehen bleiben, ist es ratsam, einen Zahnarzt aufzusuchen, um die Ursache zu ermitteln. 2. Empfindlichkeit gegen eine 1 Viertel BER Haieien oder kalten Speisen und Getrain kähen. Wenn sie platzlich eine starke Empfindlichkeit gegen eine 1 Viertel BER Haieien oder kaltem Essen oder Trinken verspar ein Viertel renn, kann dies ein Hinweis auf eine Enzer 1 Viertel Dung oder Infektion im Inneren des Zahnes sein. Die Pulpa, das Gewebe im Inneren des Zahnes, kann gereizt sein und auf Temperaturreize empfindlich reagieren. Dies kann ein Anzeichen 1 Viertel BER sein, dass eine Wurzelbehandlung erforderlich ist. 3. Schwellungen im Gesichtsbereich Eine Schwellung im Gesichtsbereich, insbesondere im Bereich des betroffenen Zahnes, kann auf eine Enzer 1 Viertel Dung oder Infektion hinweisen. Eine Zahnwurzelinfektion kann sich von der Wurzel bis zum umliegenden Gewebe ausbreiten und zu Schwellungen FA 1 Viertel rennen. Wenn sie eine Schwellung im Gesichtsbereich bemerken, die mit Zahnschmerzen verbunden ist, sollten sie umgehend einen Zahnarzt aufsuchen. 4. Ein knotenartiger Abszess am Zahnfleisch Ein Abszess ist eine Ansammlung von Eiter, die als Reaktion des KAR-Pers auf eine Infektion entsteht. Ein knotenartiger Abszess am Zahnfleisch kann auf eine signifikante Infektion im Wurzelbereich hinweisen. Ein Abszess kann schmerzhaft sein und unbehandelt zu weiteren Komplikationen FA 1 Viertel rennen. Es ist wichtig, einen Zahnarzt aufzusuchen, um die Infektion zu behandeln und einen Abszess zu beseitigen. 5. Werfarbungen oder Werfarbungen des Zahns Werfarbungen oder Dunkelfarbungen des Zahns Karnen auf eine Schadigung des Zahnnervs hinweisen, die eine Wurzelbehandlung erforderlich machen Kante. Eine Schadigung des Zahnnervs kann durch Karies, Trauma oder andere Ursachen verursacht werden. Wenn sie Werfarbungen an ihren Zahnänen bemerken, die nicht auf Aweiere Werfarbungen durch Nahrungs- oder Genussmittel Zura 1 Viertel Schufa 1 Viertel rennen sind, sollten sie einen Zahnarzt aufsuchen, um die Ursache zu ermitteln. 6. Lockere Zahnä, wenn ein Zahn lockert oder sich verschiebt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Wurzel des Zahnes geschadickt ist. Eine Wurzelbehandlung kann erforderlich sein, um den Zahn zu stabilisieren und zu erhalten. Wenn sie bemerken, dass ihre Zahnäne locker werden, sollten sie einen Zahnarzt konsultieren, um das Problem zu diagnostizieren und geeignete Meinamen zu ergreifen. Es ist wichtig, die Anzeichen FA 1 Viertler eine notwendige Wurzelbehandlung fra 1 Viertler zeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Eine rechtzeitige Behandlung kann dazu beitragen, Schmerzen zu lindern, den betroffenen Zahn zu erhalten und weitere Komplikationen zu verhindern. Wenn sie eines oder mehrere der oben genannten Anzeichen bemerken, zagern sie nicht, einen Zahnarzt aufzusuchen, um eine genaue Diagnose und geeignete Behandlung zu erhalten. Eine Wurzelbehandlung kann ihnen helfen, ihre Mundgesundheit zu erhalten und das laschellende Gesicht zu bewahren.